Hallo, hallo, oh nein, ich habe auf den Knopf gedrückt, dass etwas passiert. Hallo, hier ist Borani und ich spiele den Schaufelknecht mal wieder. Lasst uns entfliehen in eine mittelalterliche Welt des 8-Bit-Issms und lasst uns schauen. Schau mal da, schau mal einer an. Wir sind, wo wir letztes Mal geendet haben. Nein, hell, fuck, in, do, fuck. Okay. Also, Pride More Keep is clear. Ich kann das nur so verstehen, dass man... Naja, ich weiß nicht genau. Wir gehen einfach mal zum Litch Yard. Uh, ist gut. Ghouls and Goblin-esk gruselig aus. Verzeihung. Ich glaube, ich muss erst mal einen Schluck Kaffee trinken. Was in aller Welt ist mit den Bäumen los? Oh, ich verstehe. Wie lustig ist das denn? Man kann sie nutzen, um an höher gelegene Dinge ranzukommen. Und ein Frosch. Elektrofrosch. Elektrofrosche sind keine Freunde. Das Schaufelknecht, wie sich jeder denken kann. Ach, come on, Elektrofrosch. Ah. Das gibt's doch nicht. Also, ehrlich gesagt, diese ganze Timing-Geschichte mit der Schaufel liegt mir noch nicht so ganz. Aber das wird schon noch kommen. Wenn das Spiel fünf Stunden lang ist, dann wird es schon noch einiges an schwierigen Passagen offen halten, bei denen man gezwungen ist, sich an den ganzen Kram zu gewöhnen. Oh. Oh. Ach, guck mal da. Aber an Urin-Stern bin ich nicht lang gekommen. Whatever. Nobody cares. Oh nein, Bombe. Bombe. Oh nein, meine Reaktion. Gleich der Reaktion eines Zwölfjährigen. Oh. Komm, hilf mir, da hochzukommen. Dude. Ah, vielen Dank. Mal schauen. Der pinke Diamant. In my face. Auf geht's. Wohin uns die Binde tragen werden, keiner weiß es. Oh nein. Wieso töte ich immer meine eigenen, meine einzigen Möglichkeiten, um da hochzukommen? Vielleicht respawnen die Gegner, wenn ich zurückgehe. Und wie er nach vorne gehe. Es sieht so aus. Ach, come on. Mann ohne Kopf. Bist du so dumm oder Tüßchen oder so? Schauen wir mal hier und gehen zurück. Ach, come on, Kopfmann. Naja, whatever. Death. Oh je. Der ist groß. Der ist groß. Wie? Sind wir beide gleichzeitig gestorben? Wie skurril ist das denn? Bitte schön, Schaufelknecht. Ach. Oh, mein Gedächtnis. Mein Gehirn. Alles kaputt. Sonst hätte ich den ja mal nutzen können, um da hochzuspringen. Aber nein. Schaufel, Mann. Die. Ich stehe einfach da und tank dich. Als wärst du nichts, Junge. Vater, Junge. So. Also ganz ehrlich. Ist Star Trek The Original Series wirklich gut? Ich meine, es ist sicherlich unterhaltsam. Auf ne Art und Weise. Auch wenn es nur auf diese Kult-Fan... Ich liebe dieses Wonky, äh... Diesen Wonky-Schauspieler-Cast. Das Ensemble. Es ist den Scharen, die Serie zu tragen. Aber ist es noch mehr? Ich meine... Ich meine, ich liebe es. Aber ist es wirklich gut? Nein, oder? Keine Ahnung. Die Themen, die besprochen werden, sind ja im Endeffekt auch nur... Kann man den Geist überhaupt töten? Sind Geister nicht schon sowieso tot? Lass mich in Ruhe. Geist. Bitte. Bitte, Geist. Lass mich in Ruhe. Ist da unten irgendwas los? Wie nicht so. Ist hier unten irgendwas los? Tod und Zerstörung. Und sonst nichts. Ich mag solche Gimmicks übrigens. Stirbt. Nein, das heißt sterbt. Und stirb ist die Aufforderungsform Singular. Der Imperativ. Wenn man das so sagen mag. Komm. Baum. Wie geht das? Wie geht das? Ah, ich weiß, wie es geht. Weiß ich, wie es geht? Ich weiß nicht, wie es geht. Ha, ha, ha. Look at me, world. I am capable of doing things. Ich seh nix. Ach. Licht. Wo warst du Licht? Oh, grössst du Licht. Alright. Hab ich die Musikkale schon runter? Jetzt aufgenommen. Ach, wie ist das denn passiert? Spiel. Geh nach Hause. Nobody likes you. Geh, wohin der Pepper weg. Ja. Wo grässstieren wir in der Welt? Ha, das sieht irgendwie auch komisch aus. Kann ich hier was draufstehen? Aha. Interessing. Ich glaube, muss man es mal so zu sagen. Ich glaube, die Game Developer haben richtig viel richtig gemacht in diesem Spiel. Es fühlt sich alles sehr gut an. Basic Mechanics, die aber funktionieren, die Spaß machen, Sinn machen, die gut aussehen. Grafik ist so extrem retro, aber gleichzeitig kein Grund, das Spiel nicht zu spielen. So, darf ich jetzt mal sehen, was da hinten passiert? Irgendwas. Und es ist behoben. Oh nein. Ach, come on. Wie soll das denn jetzt gehen? Ach, come on. Muss man sich da ducken, oder wie das? Oder wie das? Okay, man muss schaufeln. Was sonst? Wir sind ja im Spiel Schaufelknecht. Alles andere wäre ja... Hanebüchen! So, ich komme hier nicht runter, richtig? Okay, ich weiß, wie ich hier runterkomme. So kommt man da runter. Frosch, geh nach Hause. Tut die Elektrizität... Oh nein, oh nein, oh nein, da war noch was in der Wand. Egal. Tut die Elektrizität etwa? Meiner Schaufel nichts. Eine Frage, die ich mir stelle. Hm, 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 hm. Ich hab bestimmt ja ganz vergessen, dass ich die Magie gefunden hab letztes Mal. Okay, nachdem ich den Gegner getötet hab, bedeutet das, dass er sie nicht noch links gehen kann. Das ist mir ein bisschen in meinem Herzen wehtut. Aber, was wir mal machen. Hm. Wasch, geh nach Hause. So. Machen wir uns die Arbeit, um zur Küste zu gelangen. Oh, schön, eine musikalische Note. Von denen ich sowieso nicht alle bekommen werde. Was ein bisschen... Ach. Das ist ein bisschen traurig, jetzt wenn man darüber nachdenkt. Ich würde das Spiel ja schon gerne auf 100%. Aber mal sehen. Fuchsen wir uns erstmal in die Mechaniken ein. Oh nein, ich hab den Geist beschworen. Oh, Welt. Verschluck mich im Ganzen, bis ich nicht mehr dran bin. Also meine Vermutung, dass dieses Spielbild anbegeht, ist folgende. Erfolgreiches Spielen benötigt... Erfolgreiches Spielen benötigt... Ach, da ist noch einer. Benötigt viel Geduld. Ich möchte aber eigentlich erstmal hoch, gerne. Danke. Kopf... ...for giving me this opportunity... ...to elevate... ...higher than I normally would be... ...when I'm high as a kite 24-7. What the hell is going on? Wizard... Wizard... Das ist aber auch kein richtiger Wizard, ist eher so... Der Knochenwächter... ...der Knochenwächter mit der... ...mit der... ...mit dem Ding in der Hand. Wie heißt das? Lampe! Der Knochenwächter, der Lampenmann. 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 Ach. Frosch. Also Frosch nervt das schon ziemlich, ne? Ich wünschte, ich kenne... ...könnte... ...würde mich besser im... ...Megaman-Universum auskennen. Ich werde... ...viele Gegner erinnern mich an Megaman-Gegner, aber ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Megaman-Gegner heißen. Was, ähm... Oh je, das kann nur katastrophal werden. Oder auch nicht. Was dafür zuführt... ...dass ich leider die, äh... ...Gegner nicht benennen kann, deren Ähnlichkeiten nicht wirklich beschreiben und aufzeigen. Ich gehe nach Hause. Oh nein! Ah! Und jetzt? Da ist doch schon wieder ein Loch. Nee, das ist kein... Zum Glück. Ja, das heißt zum Glück. Ich habe ja gewartet. Hätte ruhig eins sein können, ne? Hätte man ruhig meine Geduld belohnen können, Game. Specterknecht. This is no place for the living mortal. Everyone has a time. As we saw with your beloved shield knight. Nein, shield knight kann nicht gestorben sein. Du verbreitest Lügen. Die Zaubererin ist voller Überraschungen. Lass mich dein Leben nehmen. Wenn es für dich zu schwer zu tragen ist. Oh nein. So... So funktioniert das also. Da kann man sich drauf einstellen, sage ich mal. Komm her, mein Freund. Nicht so aufbrausen, bitte. Ach, ich habe ja auch noch Feuer. Ich habe ja noch Feuer. Oh nein. Ach, du liebe Zeit. Ich werde hier ziemlich platt gemacht. Aber es kann ja auch nicht sein, dass man jeden Boss vom ersten Mal schlägt, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Insofern ist das schon vollkommen in Ordnung. Ein paar Mal sterben. Erfüllt mich mit Ansporn. Oh, Mann. Sound-Effekte. Viberan, ja? Das ist ja auch eine Lebensanzeige. Wie angenehm ist das denn? Ach, come on. So, let's damage as much as possible in a... very short amount of time. Oh, come on. Ah, wie kann man nur so schlecht sein? Okay, Viberani. Versuch nicht einfach, hier den Boss zu tanken, bitte. Das sieht zwar so aus, als könnte es schon wieder klappen. Aber er ist doch ziemlich... Oh nein, es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Oh nein. Oh nein. Wo bist du? Oh, ich habe so ein Gefühl, dass... 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 Oh, ich habe so ein Gefühl, dass ich das fast geschafft hätte. Meine Katze guckt mich an, als sei ich verrückt geworden. Den Zeitpunkt hat sie mir ein paar Jahre verpasst. Okay. Ach, come on, Viberani. Don't be stupid motherfuckers, please. Oh, wie kann man nur so schlecht spielen? Na ja. Wizard Man. Ach, come on. Den habe ich doch weggeschafelt, Junge. Ah! Ah, ich... So, stirb! Fieser Knecht. Geh nach Hause. Ah! Und das war die Geschichte des Friedhofs... Des Friedhofknechts. Mögen wir ihn in Erinnerung behalten, für was er war. Ein Bastarde. Oh. Oh. Wo kommst du geflogen? Wo ist sie denn? Was passiert, wenn ich sie habe? Was passiert, wenn ich sie verpasse? So ein Fragen, die ich mir stelle. Bitte, liebe Zuhörer und Zuschauer, beantwortet mir diese Fragen. Schaufelknecht, steh auf! Es ist ein neuer Tag. Es ist wieder Zeit, das Feuer aufzumischen. Ah! Oh je, was ist das denn? Mew-Ticket. Awesome! Ähm, ja, das können wir ja noch machen. Und dann würde ich sagen, ist hier Feierabend, ne? Gehen wir mal fixen. Uh, nice. Neuer Part der Overworld. Geöffnet für uns. So, wo war denn die ganze Geschichte hier? Hier war die Geschichte. Yes, I'll give it to you. Dazzle my pallet, please. I am hungry for food. Give me some food. Uh, uh, awesome. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe mir noch so einen Dengen. Kann ich sowas beim K-4500? Ich verliere die ganze Kohle ja sowieso nur, um ganz ehrlich zu sein. Insofern, Herr damit. Mehr Herzen ist, was der Connoisseur des 8-Bit-Videospiels verlangt. Was esse ich hier eigentlich die ganze Zeit? Man, das sieht so extrem widerlich aus. Und das eben auch. Irgendwie unzuordnungsbar auch. Whatever, whatever. Ah, okay. Wie kann ich meine Magic vergrößern? Hier mit 1500. Natürlich. Wer damit? Awesome. Fantastic. Ich gehe noch mal runter und spreche mit der verrückten Frau, die mir Tränken rumwirft. Warum? Weiß ich nicht genau. Peaceful Solitude, my ass. Not gonna happen. Na, das funktioniert doch ganz gut bisher. Und das wird immer besser. Meine Katze kippt schon wieder so. Was ist denn da los? Ah, ah. Oh je. Ein erfolgreicher Run, wie es scheint. Aber wird es reichen, um meine Eltern endlich von meiner Produktivität zu überzeugen? Was wird sich zeigen? Well, 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 well. Na, das ist ja schon ziemlich profitabel, ne? Und die Musikalität kommt nicht zu kurz. Schaufel dir ein eigenes Grab und spring hinein, Knecht. Bis zum nächsten Mal. Bye now.